Hallo, mein Mann und guten Tag. Ich bin gerade unterwegs zum Angelpark Thürnse. Da findet heute ein TFT-Freundschaftsangeln statt und der Erlös von diesem Angeln, der geht an die Mitteldeutsche Kinderkrebshilfe. Die Preise für die Tombola wurden von FDM gestiftet. Der Erlös geht natürlich an die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung. Und der gleich wird geangelt. Dietri, worauf hast du ihn gefangen? Auf Pastis schwarz-orange. Das ist doch mal ein richtig schöner Fisch hier in Thürnse. Die Fische wissen sehr gut und wir zeigen hier eine kleine Auswahl an Fischen, die innerhalb der ersten Stunde gefangen wurden. Petri, worauf hast du ihn gefangen? Auf Bienenmale von oben mit einem Meter. Ast rein. Zum Mittag gab es Würstchen und bei der Tombola haben Fieder richtig abgeräumt. Am Ende des Tages konnte ein Scheck von 3.226 Euro überreicht werden. Vielen Dank an alle Teilnehmer und an alle Spender. Ja, Sie müssen mal auf거나 rechnen. Vielen Dank.